Aber wir sehen, die Reaktion, die wir kriegen, ist, bitte nicht darüber reden. Es ist nur ein Nutzen für Putin, wenn wir darüber reden. Wir wollen ihm ja nicht den Gefallen tun, dass wir darüber reden, was bei uns schief geht oder was hier ist. Das ist sozusagen die wiederkehrende Nord Stream 2 Situation, dass Scholz neben Biden steht, während der sagt, wenn die Russen kommen, dann wird die Pipeline in die Luft gejagt. Und danach ist keiner Manns genug, die Frage zu stellen, spinnt ihr eigentlich im Verbündeten den größten Industriestaden in der gesamten Menschheitsgeschichte? Das ist das nämlich in der Sabotageakt zuzufügen. Da sind wir dann ganz kleinlaut. Und auch hier ist die Reaktion, der böse Putin hat uns abgehört. Also nach dem Motto, abhören unter Feinden, das geht gar nicht. Wie lächerlich kann man sich machen? Deswegen bin ich auch so sauer. Es ist eine Banane. Ja, da war ich tatsächlich auch sauer, als ich das in der Tagesschau gesehen habe. Ich meine, in diesem ganzen Gespräch, da wurden so viele interessante Sachen gesagt. Also das, wie das gerade aufgedröselt hat. So hätte ich mir das eigentlich von der seriösen Nachrichtensendung gewünscht. Das ist dort wirklich aufgedröselt. Welche Aussagen wurden getroffen und welche Aussagen lassen eventuell darauf schließen, dass dieser Sicherheitsapparat ein Eigenleben entwickelt hat, dass dieser Sicherheitsapparat nicht den demokratisch gewählten Politikern in Deutschland gehorcht, sondern eventuell sogar ausländischen Akteuren. Hier in dem Fall amerikanischen Generälen. Beziehungsweise auch die anderen interessanten Aussagen, dass die Briten und die Amerikaner schon mit Soldaten vor Ort sind. Also jeder, der das behauptet hat, der wurde ja als Verschwörungstheoretiker beschimpft. Und die Tagesschau, worüber berichtet die? Der Russe hat uns abgehört. Über den Inhalt dessen, was da abgehört wurde. Kein Wort. Im gesamten Tagesschaubericht. Ich habe darauf reagiert. Also das, und auch am Tag darauf, da habe ich nicht mehr darauf reagiert, aber den habe ich mir so angesehen. Auch wieder berichtet in der Tagesschau, wie da kein einziges Wort über die Inhalte, die da abgehört wurden. Sondern immer noch, der Russe hat uns abgehört. Wie konnte das passieren? Also das ist wirklich Anti-Information. Das ist Propaganda. Anders kann man das nicht nennen, was die Tagesschau da macht. Anstatt darüber zu berichten, was da passiert ist, berichtet man, dass in so einem Framing, dass die Russen wieder die Bösen sind und als ob in diesem Gespräch überhaupt nichts Interessantes erzählt wurde. Ja, wie gesagt, Dirk Pohlmann hat es gerade gesagt, abhören unter Feinden, das geht gar nicht. Also das war mehr oder weniger das Motto der Berichterstattung in Deutschland. Also ja, komplett lächerlich. Da kann man eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln, wenn man sich das ein bisschen genauer ansieht. Eine Bananenrepublik mit Offizieren, die auf eigene Kraft mit ihrem, sozusagen mit ihrem wirklichen Vorgesetzten arbeiten und eine Regierung, die nicht mehr in der Lage ist, das zu beenden. Eine Bananenrepublik. Danke erstmal. Pistorius hat sich ja vor den Medien so ausgedrückt, dass er erstmal diese Untersuchung abwarten möchte und hat erstmal diese Generäle in Schutz genommen. Das sage ich doch gerade. Was gibt es da in Schutz zu nehmen? Wenn du hörst, dass vor vier Monaten diese Leute mit den Amerikanern geredet sind. Was muss ich da noch untersuchen? Das haben wir gesehen bei Nord Stream, wo jetzt seit zwei Jahren untersucht wird und dann hat Schweden gesagt, wir können nichts machen, weil der Täter, wir haben zwar vermittelt, wer es sein könnte, ist aber nicht in unserer Jurisdiktion. Und die Dänen haben auch gerade die Untersuchung abgeblasen. Das ist die lächerliche Situation, in der wir uns behandeln. Ich nehme diese Aussagen nicht ernst, weil das ist, das ist etwas, was man, das sollte man nicht gewähren, dass man sie mit solchen Aussagen durchgehen lässt. Wollte er nur gesichtbaren vielleicht? Keine Ahnung. Ein Luschi, weil er das nicht, weil er das nicht durchsetzen kann. Weil der sozusagen, er hat jetzt vor sich seine Generäle, die mit den Amerikanern, dann muss er sich ja mit den Amerikanern anlegen. Das wird er nicht tun. Ja, deswegen haben wir auch einen Bundeskanzler, der eigentlich wegen drei schwerer Vergehen jede Minute mit Handschellen abgeführt werden kann. Cum-Ex, Wirecard und die Geschichte mit der Geldwäscherei, die erschwert wurde, weil die Behörde vom Kriminalpolizei gegangen ist und damit in eine völlig lahmarschige Verfolgungsbehörde. Das ist und dann natürlich eine erwiesenermaßen inkompetente Außenministerin. Das heißt, diese Ampelkoalition oder auch schon die vorherigen Regierungen, aber die noch nicht so krass sind, durch Inkompetenz oder durch extreme Erpressbarkeit eigentlich überhaupt kein eigenständiger Faktor mehr. Das ist doch eine Reihe. Wir sehen das doch jetzt seit zwei Jahren. Wir sehen das seit zwei Jahren, wie hier agiert wird. Und wir brauchen nicht jedes Mal denken, es gibt eine Untersuchung und dann kommt irgendwie raus, oh, dann sehen wir aber, da waren wahrscheinlich amerikanische Taucher an der Nord Stream Pipeline. Und was machen wir denn dann? Das ist doch die Frage, vor der die alle zurückschrecken. Deswegen sagen die Schweden, die gerade in die NATO eingetreten sind, sie haben Indizien, aber der Täter unterliegt nicht ihrer Jurisdiktion. Grübel, grübel und studiere, wer könnte das sein? Russland? Meinen die Russland damit? Wir haben am Anfang, haben wir bei all diesen Sachen... Das war doch die Ukraine. Das war doch so ein kleines Segelboot, wo ein paar Ukrainer, die aber keine Verbindung zum ukrainischen Geheimdienst oder gar zum Präsidenten hatten, das waren Privatpersonen. Die haben sich einfach mal gedacht, wir sprengen jetzt Nord Stream. Und ja, das ist da garantiert passiert. Also wurde jedenfalls in der deutschen Presse berichtet und die ist ja, wie wir eben schon geklärt haben, sehr, sehr vertrauenswürdig. Das ist so lächerlich. Ich will nicht von meiner eigenen Regierung so veräppelt werden, so verdummt verkauft werden und von den Medien so verdummt verkauft werden, dass die Medien jetzt nur darüber reden, nicht, was ist da eigentlich los, was macht unser Militär da, wissen unsere Politiker, was die Militärs planen, mit wem planen sie das, sondern sie unterhalten sich darüber, dass es eine Unverschämte ist, dass die Russen das jetzt rausgekriegt haben. Das ist deren verdammte Aufgabe nochmal. Die verdammte Aufgabe von der Bundeswehr ist, die Russen abzuhören und die Aufgabe von dem russischen Geheimdienst ist, die Bundeswehr abzuhören. Das sind die Spielregeln. Das ist jetzt nicht reingehen und ob man findet in irgendeinem Vertrag, dass man es nicht darf. Das ist die Grundaufgabe von einem Geheimdienst, auf der anderen Seite zu wissen, was los ist und zwar mit so möglichst allen Mitteln. Der heißt Geheimdienst, weil er nicht wie die Polizei an Recht und Ordnung geboten ist, sondern weil er biegen kann, weil er Sachen machen muss, die außerhalb der Legalität sind. Sonst bräuchte man keine Geheimdienste, sonst bräuchte man nur ein BKA. Also das ist einfach, daran merke ich, die Grundlagen sind überhaupt nicht verstanden, wie das funktionieren sollte und worüber man sich wirklich aufregen sollte und was zwecklos ist, sich aufzuregen. Weil wenn jetzt die nächste, wenn du den kubanischen Geheimdienst, der interessiert sich auch dafür, was die Amerikaner bei ihm auf der Insel vorhaben. Und wenn sie es nicht machen würden, würden sie ihre verdammte Aufgabe nicht erledigen. Aber Dirk, eine Frage. Dieser Verhalten von Pistorius, diese ersten viereinhalb Minuten und dann nochmal sechs Minuten, wo er eigentlich den Putin beschuldigt, dass er das am Freitag extra veröffentlicht hat, damit man die so ein bisschen ärgert, die Regierung. Waren sie jetzt wirklich so auf dem kalten Fuß erwischt oder war es nur deswegen, weil sie daran erwischt wurden und das ist schwer zu verstecken, dass sie überhaupt nicht souverän sind, dass sie sich da gar nichts machen können? Das heißt, haltet den Dieb. Du machst irgendetwas und dann sagst du, da drüben ist der Täter, guckt alle da hin. Das ist alles nur Spin-Doktor. Also im Englischen nennt man das, ich gebe jetzt mal den Bundeswehroffizier Spin-Doktor Doktors. Also die Tatsache so verdrehen, dass man sie für sich selber nutzen kann. Ja, und für die deutschen Medien hat es gereicht. Also Tagesschau, auch die Zeitung, Spiegel, Süddeutsche, die haben alle so berichtet. Also es ist nicht so, dass die das so sauber aufgedröselt hätten, wann haben die Generäle jetzt mit wem geredet, was ergeben sich aus dem Gespräch für Erkenntnisse, beziehungsweise was für interessante Dinge, über die vorher schon berichtet wurde, beispielsweise die amerikanischen und britischen Soldaten in der Ukraine, was für Dinge wurden da jetzt eventuell bestätigt, welche Dinge könnten uns neuen Blick auf den Konflikt eröffnen. Ich meine, es ist ja ein internes Gespräch. Da reden diese Generäle natürlich völlig anders, als wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten. Aber über all das wurde nicht berichtet, sondern, du Pohlmann hat es gerade gesagt, haltet den Dieb, der böse Russe hat uns abgehört. Also Anti-Berichterstattung oder man könnte es noch einfacher formulieren, Propaganda. Pflicht und ergreifend das Regierungsnarrativ wiederholt und nicht über die eigentlich interessanten Dinge berichtet. Das können die Politiker machen, das ist auch klar. In gewisser Weise ist das die Spielregel, dass die Politiker versuchen, damit durchzukommen. Aber unsere Medien müssten sie daran hindern. Die müssten sagen, Moment mal, wir machen jetzt heute mal eine Sondersendung, einen Brennpunkt und dann fragen wir, was wusste Pistorius, was wusste Scholz und was machen unsere Bundeswehr-Generäle? Das machen wir jetzt. Ja, aber das ist das. Daran siehst du, in diesem Land, deswegen sage ich Bananenrepublik, funktioniert nichts mehr. Es ist nicht nur die Bundesbahn, die nicht funktioniert. Es ist auch die Bundesregierung. Es ist das ZDF und die ARD. Niemand erledigt seine Aufgabe. Die Aufgabe von ARD und ZDF. Interessanter Satz. Bananenrepublik hast du, wenn du auf YouTube-FM, also einem YouTube-Kanal mit etwas über 40.000 Abonnenten, die Einordnung bekommst, die du eigentlich schon erwartest. Die verfassungsrechtlich festgelegt ist, ist nicht der zu gucken, was ihr Herrchen, also die Bundesregierung gerne möchte und sagen will und dann sozusagen laut bellt in diese Richtung. Jeden Tag neu, jeden Tag abhören unter Feinden. Das geht gar nicht. Das machen sie die ganze Zeit jetzt. Das ist die Berichterstattung. Anstelle zu fragen, was ist hier eigentlich los? Sie haben keinerlei Kontrollfunktion. Und das Militär agiert nicht so, wie es soll, nämlich den Kommandos der Regierung zu folgen, was sie wahrscheinlich nicht deswegen schon gerne nicht machen. Das wissen wir aus dem, ich kenne ja genügend Beispiele, kann ich auch aus Deutschland ein Beispiel erzählen, als der Gehlen, also der Galgenkandidat des Zweiten Weltkriegs, der die Fremdenheere Ost, also die die Aufklärung in Richtung Sowjetunion betrieben hat und Aufklärung damals war eine ultra brutale Maßnahme. Das ist nicht Aufklärung, ist ein Euphemismus dafür. Der hat dann, ich glaube es war 1955, hat er seinem CIA-Händler Critchfield, also seinem Führungsoffizier, hat er gesagt, um zu zeigen, wer sein wahrer Herr ist und wem er dient. Es ging ja darum, dass ab 1956 wurde diese CIA-Abteilung umbenannt in BND und war, unter welcher Herrschaft bitte? Das ist auch so, diese Verlogenheit zieht sich ja durch. Und dann sagte Gehlen seinem Herren Critchfield, wenn es dazu kommt, dass in der Bundesrepublik die SPD die Wahl gewinnt, dann werde ich mit meinen Gladio-Truppen einen Putsch machen gegen die Regierung. Wir werden, und das in dem Wissen, dass gerade in Italien diese ganze Sache aufgelaufen war, weil in Italien war die stärkste Partei die kommunistische Partei und dort musste verhindert werden, dass die an die Regierung kamen. Das ist gelungen mit Unmengen von Geld in den Wahlkampf, aber es war auch schon vorbereitet für den Fall, dass die Bevölkerung falsch abstimmt, gibt es halt einen kleinen Militärputsch oder einen größeren. Und das bietet dieses super Arschloch-Gehlen. Das bietet er den Amerikanern an, dann sieht man, das sind die Machtverhältnisse. Ihr habt gerade richtig gehört, der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes hat den Amerikanern einen Putsch in Deutschland angeboten, sollten die Deutschen falsch wählen. Das sind Planungen, die da aus dem deutschen Sicherheitsapparat im Hintergrund gelaufen sind, von denen wir heute wissen, die damals aber vielen nicht bekannt waren. Ich glaube, da muss man tatsächlich den Kontext auch noch erklären. SPD und FDP, die waren damals für eine deutsche Wiedervereinigung und für ein neutrales Deutschland. Also Deutschland wäre aus den NATO-Strukturen herausgekommen, wenn SPD und FDP gewählt worden wären. Denn die Sowjetunion, die hatte Deutschland die Wiedervereinigung angeboten gegen Neutralität. Also Deutschland wird neutral und im Gegenzug bekommt man die deutschen Ostgebiete, also nicht alle Ostgebiete, sondern nur die DDR zurück. Österreich hat ein ähnliches sowjetisches Verhandlungsangebot angenommen und hat in Neutralität seine Wiedervereinigung schon in den 50er Jahren gefordert. Das hätten wir Deutschen damals auch haben können, wenn die Deutschen SPD und FDP gewählt hätten und wenn es zu keinem Putsch gekommen wäre, der laut Dirk Pohlmann hier gerade damals durchaus im Raum stand und diskutiert wurde vom deutschen BND-Chef. Aber Schwierigkeiten kriegst, wenn du sagst, Deutschland ist nicht nur Veren, dann kommen die jetzt an mit dem Verfassungsschutz und sagen, du bist Reichsbürger. Wenn du einfach die Tatsachen benennst, die sich hier wieder... Ich habe dazu im Chat Gladio, dass die NATO Stay-Behind-Netzwerke, das italienische Netzwerk hieß Gladio in Deutschland, war auch ein Stay-Behind-Netzwerk, aber Dirk Pohlmann nutzt das jetzt in einer umgangssprachlichen Verwendung, also alle Stay-Behind-Netzwerke einfach mit Gladio bezeichnet. Diese Stay-Behind-Netzwerke, die dienten offiziell dazu, um Guerillakriegsführung gegen die Sowjetunion zu machen, wenn es mal zu einem heißen Krieg käme und Sowjet-Truppen in den westeuropäischen Ländern einführen. Offiziell. Inoffiziell wird vermutet, wie gesagt, ich formuliere das extra so vorsichtig, da noch ziemlich wenig belegt ist und es noch viel mehr Forschung in diese Richtung braucht, aber es gibt zumindest mal die Vermutung, dass diese Stay-Behind-Armeen, die es da gab, also komplett geheime Guerillatruppen, teils bestehend aus überzeugten Rechtsradikalen, mit Zugang zu zahlreichen Waffen und gefährlichem Material, dass die schon vorher aktiv geworden sind, tatsächlich vorher schon für Terroranschläge verantwortlich waren. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber dass es diese Netzwerke gab, das ist mittlerweile gut dokumentiert. Wie gesagt, das wäre jetzt ein eigenes Thema, aber weil gerade einer im Chat geparkt hat, bin ich darauf jetzt nochmal kurz eingegangen. So funktioniert das durchgehend seit 1945 in Westdeutschland und 1949 mit Gründung der BRD als Grundlüge eingezogen. Ja, Gehlen war vorher, das hatte Polmann auch glaube ich gerade erwähnt, vorher Chef des NS-Geheimdienstes Fremde Heere Osten. Der war für die Aufklärung in der Sowjetunion und hat den Amerikanern dann sein Netzwerk, seine Informationen angeboten und durfte dann die Organisation Gehlen, das war eine Unterabteilung der CIA führen und die wurde dann später im BND umbenannt. Also der BND ist ursprünglich aus einer Unterabteilung der CIA hervorgegangen, die von einem ehemaligen Nazi geführt wurde. Also das ist jetzt auch nicht gerade die ruhmreichste Geschichte für einen Geheimdienst. Überall drin und das sind aber mittlerweile erlaubt, weil sie den Amerikanern dienen. Das ist ja nicht nur deswegen, weil sie den Amerikanern dienen, sondern weil das amerikanische System ja quasi... Wilhelm Domke-Schulz ist sicherlich auch interessant, was er jetzt sagen wird. Wir reagieren tatsächlich nicht mehr weiter darauf. Wie gesagt, wenn ihr NATO-Akte schauen wollt, schaut das, wie gesagt, wie fast immer in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut euch das gerne an. Ich wollte, wie gesagt, nur auf den Ausschnitt mit Dirk Pohlmann reagieren, weil ich seine Äußerungen zu den Taurus-Enthüllungen sehr, sehr interessant fand. Also nochmal der relevanteste Punkt zusammengefasst. In diesem Gespräch wird klar, dass deutsche Generäle, wenn sie da die Lieferung von Taurus planen, diese Pläne nicht zuerst dem deutschen Minister berichten, sondern einem amerikanischen General. Dass der wahre Herr dieser Generäle also nicht in Deutschland ist oder auch nicht demokratisch gewählt wurde, sondern dass er sich im US-amerikanischen Sicherheitsapparat befindet. Und das ist etwas sehr, sehr Besorgniserregendes. Und das Zweite ist, dass die Medien da überhaupt nicht drüber berichten, sondern Dirk Pohlmann hat die Taktik Haltet den Lieb genannt, dass sie darüber berichten, dass die Russen uns abgehört haben. Ja, wer hätte das ahnen können? Verfeindete Länder belauschen sich gegenseitig. Ja, Bananenrepublik. Anders kann man das nicht mehr nennen, was wir hier gerade erleben. Wie gesagt, interessante Äußerungen von Dirk Pohlmann. Schaut euch gerne die gesamte Folge an.